Norddeutscher Rundfunk 2021 Fahr'n wir rabe am Wasser, häng'n wir's Roderl an Zahn, seh'n wir hintere zum Dirndl, sitz'n wir nieder aufbauen. Das ist unser Flossachs, das ist unser wichtigstes Werkzeug. Und so wird das Floss gemacht und mehr haben wir nicht. Mehr brauchen wir nicht. Da brauchst du nix sagen, die wissen genauer jeder, was er machen muss und was er gar muss. Ich bin jetzt in der vierten Generation. Mein Urgroßvater, der hat da das Flossgeschäft schon gehabt. Vor 200 Jahren war die Welt eigentlich schon komplett andere. Es sind harte Arbeitsbedingungen, das können wir uns ja heute gar nimmer vorstellen. Wir sind ja so bequeme Leute geworden und uns geht's so gut. Die Flößerei war ohne die, wär ganz sicher alles anders, wie's heut ist. Da war vielleicht unsere Landschaft nicht so schön, weil wir nicht so viele Rodungsflächen hätten. Aber es war eine fürchterlich harte Arbeit. Es hat sehr viele Tote gegeben und Schwerverletzte bei der Holzarbeit. Es gab Stromschnellen, es gab Überfälle. Es gab ja auch Räuber, die wirklich auf diese Flößer gewartet haben, weil die haben ja wirklich Geld oder Waren bei sich gehabt. Fahr'n wir rauf, Minga, mit dem Floss. Da geht's viel schneller als wir mit dem Russ. Nein, Isar ist mein Leben. Das ist die Ader. Das Wasser, das gehört zu unserem Leben dazu. Das ganz glasklare Wasser, der Isar, wenn das Floss da langsam drüber gleitet. Was soll ich mir sagen? Das ist wie eine zweite Braut, gell? Denn da geht's nicht.